Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. In den kommenden Tagen dürfen wir uns auf bestes Sommerwetter freuen. Morgen starten wir bei Temperaturen um die 23 Grad mit viel Sonne in den Tag. Am Nachmittag ziehen ein paar harmlose Wolken ins Sendegebiet. Mit Niederschlägen ist jedoch nicht zu rechnen. Am Samstag klettert das Thermometer bis auf 25 Grad. Bei 12 Sonnenstunden erwartet uns ein herrlicher Tag. Bei ähnlichen Temperaturen und Sonne am Vormittag zieht sich am Sonntag ab dem Mittag der Himmel zu und es kann zu heftigen Windböen kommen. In die neue Woche starten wir mit einem Sonne-Wolken-Mix. Die Tageshöchstwerte erreichen 24 Grad. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020